Möchtest du gesund Gewicht verlieren, ohne Jojo-Effekt, mit einem aktiven Stupfwechsel? Möchtest du deine Ernährungsvorsätze erfolgreich umsetzen? Dann zeige ich dir hier mein 9-Tages-Erfolgskonzept. Ich bin die Marianne Keller, diplomierter Ernährungscoach und ärztlich geprüfte Fastenbegleiterin. Und ich begleite seit vielen, vielen Jahren meine Kunden zum Wunschgewicht und zum Wohlbefinden. Abonniere meinen Kanal, dann erhältst du alle meine Videos. Die Weihnachtszeit, Osterzeit, Ferienzeit mit All-Inklusive-Ferien, das ist eine Zeit für Y-Zoom. Wir konsumieren zu viel Zucker, Alkohol, hohe Kohlenhydrate und kommen in ein Ungleichgewicht von unserem Säure-Basen-Haushalt. Der Säure-Basen-Haushalt ist ein Regulationssystem. Wenn wir zu viel säurehaltige Nahrungsmittel aufnehmen, dann kann der Körper sie nicht mehr ausschwemmen und abbauen. Die basischen Mineralstoffe werden knapp und das heisst, dass zum Beispiel dein Körper das Kalzium aus deinen Zellen, aus deinem Gewebe, aus deinen Knochen nehmen muss. Und das gibt ein Ungleichgewicht, eine Übersäuerung, was in der Medizin die Azidose genannt wird. Alle Organsysteme leiden. Werd nicht sauer, heisst es im Volksmund. Was sind denn die säurehaltigen Nahrungsmittel? Alle tierischen Produkte. Fleisch, Wurstwaren, Fisch, Milchprodukte, Getreide, natürlich Zucker, Alkohol, Kaffee. Und darum komme ich immer wieder auf meinen Dreiviertel Ernährungstipp zurück. Nimm Dreiviertel basische Nahrungsmittel, also bunte Nahrungsmittel, Gemüse, Früchte und nur ein Viertel Säure auf. Was bedeutet denn, wie merkst du die Übersäuerung? Arthritis, Arthrose, Rheuma, sehr grosse Müdigkeit. Es sind natürlich die ganzen Verdauungssysteme, die nicht funktionieren, Übergewicht, Migräne und so weiter. Und das ist nicht lustig. Es ist ein grosses Unwohlsein. Und du spürst wieder, hey, ich möchte was ändern. Wie kannst du nun deine Vorsätze umsetzen? Wie kannst du dich nun gesund ernähren? Ich frage jetzt ganz provokativ. Ist es möglich, Körper und Wohlbefinden in nur neun Tagen zu verändern? Oh ja, es ist möglich. Mit dem neun-Tages-Ernährungskonzept Clean Nein. Das ist eine innerliche Körperreinigung. Du kannst gesund Gewicht verlieren ohne Jojo-Effekt. Ich habe ganz tolle Erfahrungszahlen. Frauen sogar 1 bis 3 Kilo. Männer 2 bis 4 Kilo. Clean Nein fördert das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung. Kurz umgesagt. Du spürst wieder, was dir gut tut. Was sind deine Vorteile? Ja, vorab eine Vitalstoffversorgung. Top. Du bist Chef deiner Zellen. Du entscheidest täglich, wie du deine Billionen von Zellen ernähren möchtest. Und zwar mehrmals täglich. Schau mal deinen Teller an und frag dich, was bringt es meinem Körper? Und natürlich, das Schnitzel und Pommes, das bringt deinem Körper keine Vitalstoffe. Du entscheidest mehrmals täglich, wie du dich ernährst. Daraus resultiert, wie du dich fühlst, wie viel Energie du hast. Sogar wie viele Entzündungsprozesse deinen Körper durchlaufen. Sei lieb zu deinem Körper. Er verzeiht dir vieles, aber irgendwann ist Schluss. Die innerliche Körpereinigung. Clean Nein. Die Nährstoffe können wieder optimal aufgenommen werden. Ich erkläre es auch immer gerne bildlich. Früher hat man ja den Kaffee durch einen Filter gemacht. Und irgendwann war der Filter verstopft. Man musste den Filter auswaschen. Der Kaffee konnte, das Wasser konnte wieder durchlaufen. Dasselbe passiert mit unserem Darm. Er kann verstopfen, verschlacken. Eine innerliche Körpereinigung bewirkt eine Top-Metalstoff-Aufnahme. Ja, den Körperservice. Dein Auto erhält ihn jedes Jahr. Mit deinem Auto gehst du jedes Jahr in die Garage. Da bekommt dein Auto frisches Öl, frische Scheibenwasser los. Die Schrauben werden ersetzt. Gibst du diesen Körperservice auch deinem Körper. Ganz, ganz wichtig. Und das Clean Nein ist keine herkömmliche Diät. Was wir auf dieser Grafik sehr gut sehen. Oben links siehst du die Fette, die die Giftstoffe ummanteln. Bei einer Diät kommt es zu einer Vitalstoffumversorgung. Ja, das Fett wird verbrannt, die Giftstoffe bleiben konzentriert im Körper. Was bei der Diät natürlich der Jojo-Effekt wieder fördert. Da muss der Körper panikartig wieder Fett produzieren, um die Giftstoffe zu ummanteln. Unten siehst du die Reinigung. Wir haben eine top Vitalstoffversorgung. Versorgung. Fett wird verbrannt und der Körper kann sich reinigen. Daraus resultiert eine schöne Gewichtsaufnahme ohne Jojo-Effekt und einen geiferten Gesundheitszustand. Was bedeutet das Fasten? In den ersten zwei Clean Nein Tagen gehen wir in den Fastenbereich. Keine Angst, du verhungerst nicht. Du hast in beiden Tagen je viermal Top-Metallstoffversorgung, Nahrungsergänzungen und einen Shake. Aber was bewirkt das Fasten? Beim Fasten kommen unsere Zellen in einen Notstand. Es kommt zu einer Umschaltung vom Stoffwechsel und darum wird Fett als Energiequelle genutzt. Es gibt ein Zellen-Recycling. Störende Teile werden abgebaut. Und was mich immer extrem fasziniert, das ist die Explosion von Mitochondrien. Das sind Energiezellen. Diese merkst du noch nicht in den ersten zwei Tagen, aber in den weiteren Tagen kannst du einen schönen Energieschub erhalten. Ich komme nochmals zurück zum Säure-Basen-Haushalt, denn haben wir Top-Metall. Du nimmst nämlich eine kohlenhydratarme Mahlzeit ab Tag drei zu dir und da wird zudem geachtet, drei Viertel Bund, also viel Gemüse, das ist der bessere Basenlieferant und Früchte. Weniger Früchte wegen dem Fruchtzucker und da habe ich halt wieder meinen drei Viertel Bund und ein Viertel Säure. Wir ernähren uns nach den Ampelfarben, das nennt sich die Ampelernährung. Rote Tomaten, gelbe Peperoni, grüne Brokkoli, das heisst sich farbig ernähren und du herrschst ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe. Übrigens, Vitamine aktivieren den Stoffwechsel. Vitamine sind an über 100.000 Stoffwechselabläufen beteiligt. Ganz wichtig, du lernst Wasser trinken im Greenline. Und zwar pures, stilles, reines Wasser. Nur stilles, reines Wasser kommt ohne Bürgen in deine Zelle. Es ist das beste Transportmittel für die Versorgung der Zellen. Es ist die beste Reinigung. Es ist sozusagen deine Müllabfuhr. Thematik Haut, auch immer ganz wichtig genügend zu trinken, damit wir über die Ausscheidungsorgane reinigen und nicht über die Haut. Also, Thematik Wasser trinken, ganz wichtig auch für die Intervalle von vier bis fünf Stunden. Wir Europäer sind uns gewohnt, immer mal wieder alle ein, zwei Stunden was zwischen die vielen verschiedenen, wenn ich das so sagen kann. Ja, gar nicht, nicht gut. Konzentrier dich auf Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Zerzwischen nur pure, stilles, reines Wasser. Nicht mal ein Zitonenschicht, nicht mal ein Stück Ingwer. Denn alles, was stoffwechselfremd ist, muss der Körper in stoffwechseleigenes Material umbauen. Darum Intervalle vier bis fünf Stunden zwischen den Mahnzellen nur stilles, reines Wasser trinken. Dann kann der Körper wunderbar verstoffwechseln, wunderbaren Fettstoffwechsel haben und er hat einfach mal Zeit für die Verdauung. Wir haben im Clean Nine einen Shake, also sehr hohes Eiweiss. Für was ist das Eiweiss so wichtig? Es ist der Baustein des Lebens, ganz vielen Reparatur- und Regenerationsarbeiten in deinem Körper. Es ist ein geniales Anti-Edging. Es ist wichtig für das Immunsystem, für deine Haut, für deine Haare. Eiweiss ist sogar wichtig für dein Glückshormon Serotonin und für dein Motivationshormon Dopamin. Ausserdem, Enzyme bestehen aus Eiweiss und das ist der Schutz vor Unverträglichkeiten. Eiweiss macht übrigens für Stunden satt. Beispiel aus der Natur. Raubtiere gehen nur alle zwei, drei Tage auf. Die ernähren sich von Eiweiss. Grasbesser, wo nur Gras essen, mümmeln ständig am Essen. Also ganz wichtig, Dreiviertel-Tipp mit Eiweiss. Weil Eiweiss verbannt Insulin. Das ist auch ein ganz wichtiger Schutz vor der Zuckersucht. Und übrigens, Insulin ist das Dickmacher-Hormon. Wir verzichten auf Zucker. Übrigens, die Volksdroge Nummer eins und der Teufelskreis Zucker. Hast du auch schon bemerkt, wenn du mal mit Zucker anfängst, dann kommt immer wieder der Wunsch Nachschub nach Zucker. Wieso passiert das? Zucker ist zwar süss, ist aber eine Säure, die der Körper ganz schnell versorgen muss. Dazu braucht er das Insulin. Die Bauchspeichelgrüße produziert panikartig ganz viel Insulin. Und sobald alles, der ganze Blutzucker in den Zellen ist, kommt es zu einer Unterzuckerung. Darum produziert der Körper wieder Insulin. Und das passiert, wenn du Zucker konsumierst. Also meide möglichst den Zucker. Und das tun wir im Cleanline. Wir haben übrigens einen Kohlenhydrate und einen Fettetank. Ganz wichtig zu wissen ist, unser Körper bedient sich immer zuerst aus dem Kohlenhydratstand. Der ist schneller erreichbar. Übrigens, Low-Carb, Kohlenhydrat, heisst nicht No-Carb. Weil auch Gemüse und Früchte haben wenig Kohlenhydrate und das benötigt der Körper. Aber die Kohlenhydrate, arme Ernährung bewirkt, dass der Körper schneller zum Fettetank greift. Und das wollen wir ja, wenn wir abnehmen wollen. Meine Rezepte begleiten dich im Cleanlinein. Ich habe dir ein Rezeptebuch zusammengestellt mit 101 Kohlenhydratarmen Rezepten über Vorspeisen, Hauptspeisen, sogar Dessert. Du kannst es dir gratis herunterladen, mein E-Book. Und neu gibt es sogar kostenpflichtig eine Druckversion. Das war ein vielfacher Wunsch von meinen Kunden. Das kann man bei mir bestellen. Du kannst Schlemmen im Cleanlinein. Ab Tag drei hast du eine Kohlenhydratarme Mahlzeit. Isst dich satt mit Fischbulle, mageren Fleisch, Gemüse und Eierspeisen. Natürlich auch wieder drei Viertel Ernährungstipp beachten. Es gibt so viele tolle Ideen. Die Kohlenradenlasagne. Es gibt Pizza-Varianten. Es gibt Haftfleisch mit Ei. Unzählige Varianten, die auch deine Familie schmecken. Ganz wichtig auch die Bewegung und der Sport. Die Muskeln verbrennen mehr Kalorien auch im Ruhezustand. Die Bewegung öffnet übrigens die Fettzellen. Es ist ein wunderbares Bodyforming. Ein wunderbares Uncaging. Und ich sage auch immer wieder, geh in die Natur raus. Beweg dich draussen. Da bist du dem Magnetismus ausgesetzt. Das neun-Tages-Ernährungskonzept inklusive genauer Anleitung kannst du alles top durchsetzen. Und ich erkläre dir nun alle Inhalte. Allem voran das Aloe Vera Getränk, das du täglich zu dir nimmst. Eine Top-Besorgung von Vital- und Nährstoffen aus der Natur. Es ist eine Komposition aus der Natur. In der Dominikanischen Republik angebaut. Über 1000 Sonnenstunden. Das nennt man auch Bio-Photonen. Das ist pure Sonnenenergie. Es ist die Reinigung für dein Verdauungssystem. Und wir haben übrigens die reinste Aloe auf dem Markt. Wunderbar auch für ein ausgleichendes Immunsystem. Den pflanzlichen Soja-Eiweiss-Shake nimmst du an den ersten zwei Fastentagen je einmal. Und an den Tagen drei bis neu sogar zweimal. Zwei Shakes decken den Tagesbedarf an Vitaminen und Mineralien ab. Er hält für Stunden satt. Erinnerung an meine Vorlage für Stunden satt aus der Natur. Ja, der Shade hält für Stunden satt. Du kannst ihn trinken. Was ich ganz toll finde, ihn als Müsli zu essen. Ich nehme ihn mit etwas Kokosjoghurt. Tue ab Tag drei sogar Nüsse und Früchte rein. Und dann habe ich ein satt machendes Müsli. Und ich bin für Stunden zufrieden. Als Nahrungsergänzung haben wir das Fiber. Das ist deine Ballaststoffversorgung. Es besteht aus Akatschatz, Mimosengewäß und Beissfasern. Es ist der Snack für deinen Darm. Nicht dein Snack. Darum mische ich ihn mir in meinen Shake. Und er wirkt super im Darmbereich. Das Törn ist für deinen Energiestoffwechsel. Wunderbar mit den Vitaminen C und hochwertigen B-Vitaminen. B-Vitaminen sind ganz wichtige Energievitamine und auch Nervenvitamine. Das Shape enthält drei revolutionäre Inhaltsstoffe, die wichtig sind für deinen Fett- und Zuckerhalt im Körper auszugleichen. Es besteht aus Kaktusbeide, Kidneybohne und Rohm. Ja, und mein Geschenk als Ergänzung dazu, das Archie L-Arginin mit Bären-Extrafen. Es ergibt mit dem Aloe zusammen einen wunderbaren Cocktail, steigert deine Abwechslung zur Verringerung von Müdigkeit und verbessert die Regenerationsfähigkeit nicht nur nach sportlicher Belastung, sondern auch der Alltag nach einem Marathon. Es gibt noch ein tolles Zusatzprodukt, das man bestellen kann, das mir sehr am Herzen liegt. Probiotische Darmbakterien. Wir haben mit dem Probiotika sechs unterschiedliche Bakterienstämme, über acht Milliarden koloniebildenden Einheiten. Das Probi unterstützt die Darmflora. Probi fördert auch ein ausgewogenes Down-System und verbessert die Nährstoffaufnahme. Ich sage immer, mit dem Probiotika gehen wir noch eine Stufe tiefer in den Darmbereich. Wie weiter nach Clean? Nein, es gibt ein Folgekonzept, das kannst du so lange machen, bis du dein Wunschgewicht hast. Im Folgekonzept kann man auch mal Joker einbauen. Es ist wirklich längerfristig durchführbar und du bist immer top besorgt. Clean Nein für 143 Franken mit meinem Archie-Geschenk ist ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Du ersetzt nämlich 20 Mahlzeiten in neun Tagen. Du kannst es bei mir versandt, kostenfrei bestellen, hast ein gratis Rezepte-E-Book und, was ganz gut ist, bei Fragen, ich werde es sagen, Marianne Fragen. Ich lebe mein Ernährungskonzept mit viel Begeisterung und Herzblut. Deine Gesundheit, dein Wohlbefinden liegen mir am Herzen. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Achte auf dich. Alles Liebe, deine Marianne Keller.